Guck mal, Dora, da ist Jack! Have a look! Ich glaube, dass seine Bohnenranke auch kaputt gegangen ist. Ja, leider, Dora. Die Hälfte meiner Blätter fehlt. Und so kann ich die Bohnenranke nicht hinaufklettern. Wir müssen auch unbedingt darauf, Jack. Wir helfen der guten Fähre, ihren Zauberstab zu reparieren. Richtig, Dora? Richtig! Was sollen wir nur tun, Dora? Was sollen wir tun? Sieh mal, Boots. Bringen wir die Blätter in die richtige Zahlenfolge. Das können wir! Das können wir! Mit meinem Schraubendreher kann ich die Blätter an die Ranke schrauben. Hoppla! Das war nicht richtig. Denk daran, Boots. Die Blätter müssen in der richtigen Zahlenfolge sein. Ach ja, genau! Die Bohnenranke braucht das erste Blatt. Welche Zahl kommt hier hin? Eins! Richtig! Zählen wir gemeinsam. Eins, zwei... Welche Zahl kommt nach der Zwei? Drei! Richtig! Wo ist die Drei? Yes, you found it! Jetzt haben wir... Eins, zwei, drei, vier... Welche Zahl kommt nach der Vier? Fünf! Fünf! Richtig! Wo ist die Fünf? Da ist sie! Very good! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs! And now? Welche Zahl fehlt hier? Die Sieben! Richtig! Und da ist sie! Alles klar! Die Bohnenranke ist repariert und wieder wie neu! Kommt drauf! Kommt drauf! Hurra! Wir haben es die Bohnenranke hochgeschafft! Thank you very much for your help! Ihr seid ganz toll im Zählen! Genau! Danke für die Hilfe! Viel Glück! Cool! Auf diesen Wolken kann man ja springen! Genau, Boots! Und auf diesen Wolken können wir bis nach oben springen! Let's go! Hey! Wir müssen bis ganz nach oben! Wir brauchen eure Hilfe, um nach oben zu springen! Springt alle mit uns! Springt! 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 Es funktioniert! Schneller! Springt! 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 Danke, dass ihr beim Springen geholfen habt! Gute viel! Wir haben deinen halben Zauberstab! The other half of my magic wand! Dankeschön! Ich habe schon überall danach gesucht! Ich habe versucht, an die andere Hälfte zu gelangen, aber ich komme nicht heran! No chance! Wir können dir dabei helfen, gute Fee! Genau! Ich habe ein Werkzeug dafür! Ich kann die andere Hälfte mit meiner Teleskophant greifen! Ihr müsst Boots dabei helfen, in die Höhle zu schauen! Ist das der Zauberstab? Nein! Ist das der Zauberstab? Nein! Was ist es? Ein Frosch? Suchen wir weiter! Ist das der Zauberstab? Yes! Very good! Boots hat ihn! Ganz ruhig, Boots! Ganz ruhig! Oh! Ich habe Klebeband, um ihn zu reparieren! Hurra! Der Zauberstab ist repariert! Jetzt müssen wir den Hund befreien! Der Zauberstab muss geschwungen werden, um den Hund zu befreien! Nehmt eure Hand nach vorn und schwingt den Zauberstab! Schwingt den Zauberstab und singt dabei! Wünscht den Wunsch! Wünscht den Wunsch! Wünscht den Wunsch! Noch lauter! Wünscht den Wunsch! Oh! Das Hündchen ist ja so glücklich! Und nun ist es Zeit für dein Wunsch, Hündchen! Da! Der Hund denkt an seinen Wunsch! Was wünscht sich das Hündchen? Richtig! Ein Spielzeugauto! Wünscht den Wunsch! Wünscht den Wunsch! Wünscht den Wunsch!